So, wir sind wieder zurück hier bei FIFA 20 und wir spielen nochmal mit, ähm, was heißt mit, gegen Bobby und wenn wir gewinnen, kommt sie zu uns wieder ins Team, wenn nicht oder nicht. All right, let's do this. Nice one! Quick, quick, quick! Quick, quick, quick! Pressure, pressure! Watch christianus! Woohoo! Kids 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 kidsay kids! Kids! Woa, woa, woa! Peter! Peter, Peter Jebsen. Oh, nicht schlecht. OSKAR! Ey! Alter, die haben Skills. Schade. Ist das schon vorbei oder wie oder was? Oh, schade. Da müssen wir jetzt einen abgeben. Was ist die Stürmer? Dann... Drei Mittelfeld. Zwei Verteidiger. Okay, dann mache ich hier weg. Yes. Hm. Hey! Lust auf ein Spiel? Gern. Brav, Bobby. Vinicius Junior lässt anfragen, ob wir gegen Vinicius Junior spielen wollen. Und gegen ein paar meiner Freunde. Kennt ihr Izzy? Ja. Und Vinicius Juniors freund Izzy Hitman. Vinicius Juniors eigene Worte. Also gut. Hallo. Hey. 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 Sit. Okay, drei Tore zum Sieg. Sit. Auf geht's. Okay, I'm voll on. Oh man. Hey. Hey. ay Fokuss. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die machen uns platt, die machen uns platt, die machen uns platt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. guck! Was für n geiles Tor! Oh my god! Ach fagueck! F keywords... Meins 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 m.... oh f secretary oh fuck nein tut auch ein geiles tor.... mann Ah, wir brauchen nur noch ein Tor, Leute. Oh, shit, du bist so gut. Im Halten. Danke. Nee, 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 oh, oh. Das war gut, das war gut. Wir müssen mal wieder zum Fähigkeiten-Baum. Oh, ja, ja, weißt du, wen du Gott besiegt hast? Halt die Klappe. Sorry, sorry, ich steh Gott leicht neben mir. Hey, danke für das Spiel. Es ist eine Ehre, mit dir auf dem Platz zu stehen. Hey, zu sehen, wie ihr spielt, das war eine große Ehre für mich. Mina, glaubt mir. Ich spiele in einem Turnier in New York und die suchen noch gute Spieler. Ich denke, dass ihr da gut passen würdet. Darf ich euch weiterempfehlen? Echt jetzt? Das wäre super. Ja, ja. Okay, machen wir Fotos. Vielen Dank. Für dich ist an meinem Team immer Platz, klar. Bedeutet mir sehr viel. Aber eine Frage habe ich noch. Woher kennst du uns? Von dem Clip im Netz, wo du diesen Trick machst. Wir treten immer gerne gegen gute Spieler an. Wir haben noch ein paar Termine auf dieser Tour. Hast du Interesse? Klingt verlockend. Aber das hängt von den beiden ab. Okay. Meld dich. Läuft echt gut. So, was haben wir denn hier noch? Was ist das? Bei dir die Eigenschaft kannst du elegante Pässe und Schüsse auswählen, wenn du dementsprechend... Ballkontrolle. Hauen wir jetzt... Okay, weiter. Guten Abend, Revy. Mein Name ist Beatrice Villanova von Villanova & Partner. Wir repräsentieren einige absolute Top-Spieler. Hoffentlich hast du kurz Zeit. Wir folgen deinen Channel und äh... Du hast uns ziemlich begeistert. Meine Partner und ich möchten dich zu einem Straßenfußball-Turnier hier in New York einladen. Wir denken, dass das die perfekte Gelegenheit ist, allen deinen Leistungsstand zu zeigen. Hast du Interesse? Sag Bescheid. Bescheid. New York. Gutes Turnier mit jungen Wolter-Fußball-Talenten aus aller Welt. Erziele Fortschritte in der Wolter-Story, um Zugang zu erhalten. Haben wir bekommen! Let's go! Oh! Ich spiele die Story jetzt schon ohne Pause, ey. Das ist so geil. Äh... Wie sieht eigentlich eine Einladung zur Weltmeisterschaft in Buenos Aires aus? Äh... Ich glaub, die sieht so aus. Hm? Ja? Ja! Hört ihr? Wir kommen! J-Ten bei der WM! Komm, Foto! Ja! Wir sind dabei! Jay wird ausklippen. Jo. Auf geht's! Die Legenden warten. Äh... Es ist wirklich toll, hier in New York zu sein. Das ist, ähm, die Chance für die Fans, die Profis zu sehen und die Straßenfußballer gemeinsam auf einem Feld zu erleben. Hunter! Hey! Kurzes Worte. Danke, Mann. Bin gleich bei dir. Zwei Minuten. Was geht jetzt? Alexander! Da gibt's angeblich Kids, die uns in Thronen wollen. Aber sie sollten kapieren, dass Spieler wie ich, Jay Senior, und mein Freund Easy Hitman, wir haben Straßenfußball groß gemacht. Okay? Oh, wow. Das ist... Hey, Revy! Revy! Oh, Mann! Meine Crew flippt total aus! Und du isst dich auch nicht? Na, klar! Ja, doch! Ich folge Revs Channel schon seit Ewigkeiten. Deine Skills sind krass. Kann ich ein Foto? Danke. Oh, wow. Wahnsinn. Hey, viel Glück im Turnier. Danke. Viel Spaß beim Zuschauen. Wie geht's, Superstar? Followers sind schon ne geile Sache. Da bist du ja. Hat mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht kommst. Da gibt's ein Wort. Wofür? Wenn man immer Termine einhält. Pünktlich? Ja. Für sie im Fremdwort. Beatriz Villanova, ich freue mich, dich kennenzulernen. Du musst so langsam auf die Bühne. Der Draft ist in zwei Minuten. Oh ja, dann ist ja noch Zeit. Vinicius, Griezmann, Panther, da wirst du kaum am Anfang gedraftet. Hast du die Mail nicht bekommen? Mail? Was? Ne E-Mail? Dieses Jahr wurden die Regeln geändert. Da es ein Straßenfußballturnier ist, dürfen die Straßenspieler sich ihre Profi-Teams aussuchen. Ein umgekehrter Draft? Ja, genau. Entschuldigst du uns für einen Moment? Kein Problem. Mach dir keine Sorgen. Hey. Wähle ein Team. Hm. 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 Ich hab jetzt mal irgendeines genommen. Skill-Training haben wir wieder. Anpassen. Ja, da werden jetzt immer die neuen Sachen angezeigt. Kriegt man aber auch nicht weg. Schusskraft. Das machen wir mal. Äh, er zieht möglichst viele Tore. Wenn du Dosen triffst und durch Reifen schießt, dann schießt er jetzt so Bonuspunkte. Okay. Okay. Wir haben schon A, also. Hm. Ich dachte, ich treffe Dosen. Oh. War trotzdem drin. Haha. Okay. The next. Versuche die Dosen zu treffen. Okay. Ich versuche es. Schuss. Wow. Das war ja gar nichts. Was ist denn Hindernis? Ah. Das war nix. Das muss man schlecht nochmal machen. Ich hab vorher. Nochmal, please. Das müssen wir sowieso. Ich bin so doof, alter. O. Pfff. 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 Ja, ein Tor, aber keine Dosen getroffen. Kann man gelten lassen, oder? Das kann man nicht gelten lassen. Das kann man nicht gelten lassen. Das ist recht nicht. Weiter so. Das ist ein F. Das ist ein F. Das ist ein F. Keine Dosen getroffen, aber Tore. Ist die Hauptsache. Sein Gegner, weil ich da bei Hindernissen aus. Achso. Sit. So, knapp. Jawoll, weiter. In einem Rennen trifft, äh, und trifft dann das Minitor. Versuchen wir mit weniger wuchtigen Schüssen eine höhere Genauigkeit zu erzielen. Okay. 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 Wieso ein F? Nicht nachlassen. Warum ein F? Ich hatte doch jetzt mehr Punkte als der Typ. Das verstehe ich nicht. Ach, den hätten wir bekommen ja oder was? Ach ne, besiegelt den Gegnern einen Rennen und trifft dann das Minitorn. Habe ich doch gemacht? Das will ich jetzt aber wissen. Bei Kontrolle habe ich am meisten Beweglichkeit. Hä? Hä? Wie? 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 Weiter! Wie? W narcke wüt Ch PC Först du IP- éo Ein F! Ich versteh's nicht. Was mach ich falsch? Warte mal. Warte mal. Was hab ich falsch gemacht? Kann mir das mal einer sagen? Da gab's jetzt wieder keine Punkte für mich. Ich muss da genau durch, oder was? Autsch. Ja, guck mal. Die Punkte haben jetzt schon wieder nicht gezählt. Versteh ich nicht. Das ist mir jetzt echt zu hoch, Leute. Was? Was mach ich denn falsch? Was mach ich falsch? Das will ich jetzt mal wissen. Geht doch. Nicht gleich so. Mit deiner Hose. So. Nächsten Folge geht's weiter. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020